Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Prototype. So. Ja, ähm, da hinten ist die Mission. Gleich mal hin, springen, fliegen, gleiten, whatever. Ja. Okay. Da hinten ist ein Hive. Ah, da ist die Mission auf so einem Bootsschmerz. Ja, kann man nicht sagen, Bootsschläge. Ja, egal. Ja, ich habe es. Okay. Ein anderes Telefon. Wuhu. Das sieht fast so aus wie mein Telefon. Also mein Handy fast, aber nur fast. Äh, äh. Ha! Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Das ist der Armee-Typi. Ich wusste es. Sag ich doch. Ich habe es gewusst. Okay, was? Die wollen Manhattan in die Luft jagen? Schön. Schön. Tschüss. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Taggoat. 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 Ich habe es gewusst. Okay, jetzt dürfen wir den Colonel Taggart finden. Wir dürfen dabei ganz viele Helikopter ausbrechen. Nehme mal an. Das wird nicht bei 1,2 bleiben. Go to the first Helicopter stage. So, da ist doch schon der erste Helikopter. Kommt der auch runter? Ne, der liegt runter. Jetzt. Ne, dann nehme ich mir erst mal den. So, da haben wir doch den... Oh, der hat ja kein Tabo-Racking, was das war. Okay, das war jetzt der erste, den ich hätte von... Nein, scheiße. Meiner ist das schon wieder gleich kaputt. Ja, der war's. Toll. Da wollte ich den entern und... Ah. Hab ich mir jetzt ein Auto? Nein, das war genau, was wir nicht bekommen haben. Fantastisch. Okay, vor mir ist einer und vor mir ist einer. Ich hab' ich das. Ich hab' ich das. Boah. Was drückt Enter? Und was macht der? Der zerstört den. Was ist denn? Was drückt jetzt? Na Oh Blöde Hauswand Jetzt bitte bitte Warum hat denn das Enton jetzt geklappt? Oh Scheiße Schrecklich So Wie immer da unten in Erinnerung Ah, aus, aus So So Ich doch mehr auf die Helicopterbind sind Und jetzt auf die KDL-Metten So So Wo geht's jetzt? So Das Ganze So Dritten Staging Area So So Nach dem zweiten kommt der KDL Na Na Jetzt So Wusste der noch meine Rakete abfeuern der Arsch? Oh Das D Wie steht mal einer D the Das 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 De Du ok dieses mal da hat er hat scheiße 2 Ja. Ja. Ja, was war schon wieder von allen sein. Scheiße. Mach kaputt, mach kaputt. Gut. Oh, was denn? Gut. Nein. 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 Und jetzt. Jetzt. Komm. Verdammt. Komm. Siff. Geht doch. Ach nö. Mach mal drei. Oh Mann. Oh. Ja. Clear. Clear. He's here. Get our wings off the ground. Clear. Clear. Ja. Ja. Okay. Ja klar, wir springen durch den Laufenden roten und roten. Das ist super krass. Ich bin ja auch lauer. So. Und jetzt... Da waren es nur noch zwei von diesen transportanten. Ja. Schau. Ja. Götchen sehr schön 215.000 7493 Militäreinheiten oder insgesamt getötet Ah, Auswertung Hope was a Blackwatch project Ah, also wie bei Umbrella, das sollte spezifische Merkmale eliminieren, zum Beispiel Hautfarbe schwarz und so weiter, das sollten alle quasi eine Herrenrasse geschaffen werden wie immer halt, ne? Ging aber ein bisschen daneben würde ich mal meinen Hm Hm Ah, Bio-Waffen Schön, also fast die gleiche Story wie Umbrella also Resident Evil Ja, wir haben das Zeug geklaut und ja bei Penn Station kam es dann dazu Hm Das sag ich doch schon die ganze Zeit Alex gibt's nicht mehr, er ist der Virus Ja Ich bin der Virus und ich in der Zeit habe ich Elisabeth Green für die Stadt die Zeit der Zeit jetzt ist sie tot Ich aber Randall nicht die 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 war schwanger das ist doch Stoff für Teil 2 Also wenn die schwanger war und das Kind ist weg und das ist genauso krass drauf wie diese Elisabeth Green beziehungsweise ist bestimmt noch ein bisschen krasser drauf dann wird Teil 2 bestimmt noch viel lustiger Boah, jetzt will ich Teil 2 auch haben Ich will Teil 2 Hey Tag 15 60% nur noch infiziert also geht es jetzt wieder zurück weil ich doch diese Elisabeth Green vernichtet habe scheinbar geht das da jetzt alles wieder zurück und es fetzt doch So, jetzt schaue ich mir noch ein paar Upgrades an ist alles noch relativ oder naja was jetzt relativ alles noch ganz schön teuer aber das wollte ich mir schon immer mal gucken dieses Hammer Truss das sah cool aus Ja, dann würde ich auch mal die Episode jetzt beenden wir nähern uns den End Missionen und ich hoffe ihr schaut noch weiter zu bis ich dann den End Gegner mal schauen wer oder was es ist dann eliminiert habe machts gut Euer He shoes Tschüss Bis zum nächsten Mal.